Hier haben wir was gefunden. Ein episch wirkendes Buch, das mit einer illustrierten Seite über Dämmermeister Versailles beginnt, wie er zu Pferde gegen eine Armee aus Chariten-Klerikern auszieht. In seiner Rumpenhand hält er eine treue Streit-Axt und ihre Schafen hinrichtet um Laphanders Licht. Okay. Und das Buch zerstört. Hier haben wir eine Schriftrolle. Hier ist noch was. Heute looten Maria hier. Die Tempel nachdem Maria der Fjankjab geschlachtet haben. Wahrscheinlich. Wir schlachten sie rund ab. Bisher eher. Wir sehen eine Brutschen Resistenz. Dieses Messbuch bringt die Gründung des Klosters Rosenwalk. Okay. Nehm ich mal mit. Auf der Map habe ich hier noch Kruppelsgründer. Ich sehe sie aber nicht. Vielleicht kommen sie ja noch. Das Wald war noch einen Schritt weiter gehen. Oder sind sie auf einer anderen Etage? Oder was ist hier los? Hier haben wir die Tür. Hier haben wir die Tür. Aber. Aber. Die sind über uns. Unter uns. Oder. ein Bier. Und das nicht erreichbar. Oha. Da muss man anfangen die Trinke zu benutzen. Und das habe ich gleich wieder vergessen. Es gibt immer Trinke mit denen man einfach den. in der Waffe einschmieren muss. Das muss man dann vor dem Kampf mal tun. Tabuch als Münch Novizen. Es geht entgegen Gerüchte um, dass die Gefiankien in der Region gesichtet wurden. Der innere Zirkel des Dämmermeisters hält uns für ahnungslos. Und man spricht noch von etwas anderem. Was wollen sie? Sind sie vielleicht in dem Grund her? Und wie sollen sie überhaupt davon erfahren haben? Ich persönlich finde es aufregend. Wenn die Gefiankien tatsächlich angreifen, besteht die Chance, es will ich lernen zu abfeuern. Was gebe ich nicht darum mit zu erleben? Wie die Lavin das Licht vom Rosenborgs Dach herab schießt. Oder wenn er behauptet, es schon einmal gesehen zu haben. Und es war angeblich so hell, dass er fast erblindet wäre. Er sagt, es lässt sich glücklicherweise nur schwer abfeuern. Nur wenn wir feuern werden, die Gefiankien nicht wissen, wie es ihm geschieht. Aha. Und opulente Truhe. Ein paar Schriftröhren. Schriftröhren wird man auch mal benutzen. Ein neues Werkzeug. Gucken wir hier irgendwie hoch. Ich weiß nicht, ob wir hier auch sollen. Draußen geht es noch irgendwie lang. Ach was los. Schaffen wir damit hoch. Astarium zu hoch ist ein bisschen schlecht dann gehen wir da nicht hoch um Astarium die roten Punkte irritieren hier ein bisschen das sprechensmustieren das sprechensmustieren ok hier können wir rüber durch diese Holzbalken drittschule treffer ja das war ja genial gibt es irgendwas außer dem Pimpel sieht bisher ziemlich leer aus sogar die Gegner sind hier ein bisschen nicht vorhanden ein Ei sollten wir noch finden für die Händleren wir sollten vielleicht erst mal hier gehen ein Kuntgasfenster erst mal die Tafeln lesen zermonien langschwert zermonien langschwert 15 bis 14 schaden ja ist eigentlich nicht so bedeutend ja kann gut verkaufen ja kann gut verkaufen das die die da das die die wöge die die den Das scheint etwas wichtiges zu sein. Aha, das Bild untersuchen. Das Bild mit dem Dämmermeister Staat, die entzeichnet ist. Das Bild von dem Dämmermeister Stockheld. Ein Glas betrachten. Das bohrende Rückglasfenster untersuchen. Dämmermeister Weltkuchen betrachten. Dawnmaster Vassayid, wielding... The rest of the inscription and picture has shattered away. The re-consecration of the monastery, conducted by Dawnmaster Seed. Evensong before the Zenith day, celebrated by Dawnmaster Stockhold. Dawnmaster Welkingglory beckons forth the rising sun in Lathanders name. Ah-ha. Wissen wir nichts. ein bisschen nicht entzünden aber nur ein bisschen gut, dann gehen wir noch mal weiter ein kurzes Schwert, verzauberte Tür wird schon nichts schiefgehen 24 Oha Hütte des Glaubens was können wir da rein 60 spiel hat der ich werde es bitte bereuen, aber was willst sprechen wir vorher es hat ja wenig gebracht die 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 Was ist das? Was ist das? viel schnapp und zurück und zurück und schnapp und schnapp ach ne, komm lass mal deine Zeit ist gekommen runterstecken ok dafür verschwindet das da muss doch irgendetwas hier sein stand der Wechte hier einfach rumlos rum ja eine zerfallende Wand ein hebschaden die resistenz wäre eine lieferundbarkeit na dann nix hier wäre eine Tür gewesen hätten wir nicht die Wand durchbrechen müssen komm gut wir müssen irgendwie aufs Dach kommen schaffe es die anderen auch nach und es ist der Mensch wieder zu schach zu springen da hier Entsprechende Statuen. Endung, Schöpter. Was gibt es hier noch zu sehen? Und alles... Verwüstert und leer aus. Dafür, dass wir gerade die... Die Fienke hier rein... Und hier sehen haben. Ist das hier noch ein bisschen... Wenig los. Okay, hier sind wir noch im Move. Gibt es nix. Gibt es genauso wenig. Gibt es nicht. Jetzt fällt da noch nicht wirklich was mit bei. Ist das hier? Lass uns noch nicht. Jetzt fällt da noch ein Kroger. Sie sind hier. Ich habe das Gefühl, dass es nicht so gut ist. Ich habe das Gefühl, dass es nicht so gut ist. Ich habe das Gefühl, dass es nicht so gut ist. E-Booke Zeigert Faktor Fanda Richtig beruhigt kriegen wir das halt trotzdem hin, irgendwas ein bisschen unterwirbeln. Tolles Gedankenlesens. Ah ja. Hier noch irgendwas. Im drinnen waren wir schon. Dann gehen wir mal hier dran. Wo sind die Flanke hin? Über rein gehen haben sie ihn. Ach hier sind sie. Erstmal reden. Ich habe die Waffe nach der versucht, nach der versucht. Einschüchtern lasst mich durch. Wenn ihr kämpft wird es böse für euch enden. Das ist sehr wahrscheinlich. Das nicht einschüchtern, das ist die Wahrheit. Überzeugen. Ihr die Flanke hast doch verdient. Ich habe den Beweis, dass sie eine Invasion durchführen. Ich brauche nur eure Hilfe. Einschüchtern. Ich habe das Töten perfektioniert. Ihr wollt euch mit mir verbünden. Meine Absicht ist es durch den Tod zu bringen. Ja. Auch das ist die Wahrheit. Wie können wir sie vielleicht als Verbündete gewinnen. Und dann abschlafen. Der Sentry stellt euch einen Moment für einen Moment. Überzeugt die Risiken, die du stehst. Sehr gut. Vielleicht könnte der Inquisitor Waworgaz die Hilfe von einem Adventurer nutzen. Ja. Du hast den Inquisitor in der Mitte. Geh leichter, Istik. Er ist nicht bekannt für seine Läne. Ja. Ja. Du hast nicht gesehen, dass ein Inquisitor in einer Zeitung nicht gewinnen. Das ist eine Ehre. Ich werde mich mit mir beschäftigt. Verhörst dich an, woher du nicht willst, Istik. Du kannst du mit der Kräste. Ja. 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 Das sollten wir jetzt noch nicht machen. Das machen wir später. Ja. 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 Ja, ja. Ich habe sie gesehen, dass sie uns nicht finden können. Ich habe sie gehört, dass sie uns nicht finden können. Was ist, wenn sie nicht die Waffe finden? Wir wissen es überhaupt nicht? Ein Istig? Aber du kannst nicht hier sein. Ich kann nicht mit dir sehen. Du wirst schreit. Die Inquisition hat mehr zu beschäftigen, als wer du in den Korridoren gesprochen hast. Was hat die Inquisition vor? Aber was damit sie uns macht durch den Schadenflash? Ja. Punktlandung plus. Bully. Bist du mal? Du wirst uns in die Therapie gobern. Du wirst in die山 Namen. The Inquisitor Wargaz the Chakrai. Die Chakrai, der sich auf dem Korridor von der Eingang, auf der anderen Seite des Kapitains Quartes. Es ist wie die von der Queen Vlaakit sie selbst. Wenn sie die Nachrichten zu sprechen, dann ist sie auf dem Korridor zu der Eingang. Das war ja nicht. Ich rieche mit allen hier jetzt würden wir mal mit mit eins hier oben laufen vielleicht gehen wir ein bisschen mehr herausfinden Kester put my hands on everything you stand before a truly resplendent portrait of queen vlacketh in all her glory in the corner of the painting is a small symbol you can't quite place the flank story symbol is exactly why i took it now and also one with one simple ok so hard as you rack your brain the symbol doesn't look like anything you've seen before that face that expression brimming with might and glory her power and beauty are beyond words a new face on the portrait randale Es klappt so. Ob wir uns das hier Freunde bringen. Ob wir hier nichts klauen. Noch nicht. Das ist eine Truhe. Sie macht grauenhafte Geräusche. Wenn sie mich nicht aufholt, mache ich mit zu lauten Jägen. Ey. Das kann ich auch. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das kann ich auch. Wir haben doch nur gespielt. Warte kurz. Und Jens ist noch nicht dran. Schade. Das war doch ein Kinderspiel. Die hat angefangen. Das ist ein Kinderspiel. Also schlachten wir die jetzt doch ab. Zu allem im Kloster. Wie es ausschaut. Jetzt sind sie selbst schuld. Jetzt sind sie selbst schuld. Jetzt sind sie frei. Das ist gut. So nehmlich. An die Hand. Jetzt noch weiter schubsen. Oh, schade. Oh, schade. Die Dots. Stopp-maneuver them. We can't slow down. Cool. I didn't want that. There is another one. The clown dies. You first. I'm going to kill you. 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 Very nice. Oh, bad. I'm going to kill you. You shouldn't have wished to live in more interesting times. I'm going to kill you. I'm going to kill you. Those birds are harder than the ground. They're twice as full of bugs. A sword over. A little eat. I'm going to kill you. I'm going to take a long of them to order them. We're now on the left. We're still looking for these short rests. Which is what is hiding here? What is hiding here? Welcome home here. Oh. nichts gutes dabei nach dem langen rast sparen wir uns noch ein bisschen trinkt ihr müsst aber auch trinkt Sehr gut. Oh nein, nein, nein! Oh, die Inquisitor haben wir unsere Necks für das! Never a dull moment. We'll have to keep going. Let's see what this does. Conditions look good. We can't do that on your legs. Step carefully, Kin. Our Hattie is protected by lethal safeguards. I would hate to see you full foul of them. Hatched. Mostly. Only one remains unbroken. Watched over by Vashkoku. Caretaker of our young. You must speak to him if you wish. But do not approach the egg. Lest you full foul of me. Okay, where is the egg? We'll find this. Be careful. The weapon is not good. This weapon is not good. Ah, it's will be sharp. But we don't explode. There's plenty of sparks. in Luft. Next 20. Nicht gut. Nupayte 18. Now this is ayer. You can tell Kim. You can tell Kim. to go. Get out of here. Get out of here. No. I'm not going to die. No. Ich will euch helfen, das Ei zu retten. Ich interessiere mich für das Ei, das ihr bewacht. Ich bin hier um ein Ei zu stehlen. Ich will euch sagen, wenn ich ein Ei zu retten. Ich bin hier mit ihr. Ich bin hier mit ihr. Ich bin hier mit ihr. Ich bin überzeugt, manche Ere sind immer nüden und so an diesen hier. Vielleicht übergibt er es sonst. Unkannung. Ah shit. In Fenty One würde ich das jetzt gut sein lassen. Oh shit. Nein. Ein Kind wird sicherer mit mir sein. Ich bin sicherer mit mir. Ich weiß was es braucht. Das ist mein Gehör. Ich werde es schützen. Komm schon, liebermann. Komm schon, jetzt. Es ist Zeit, zu rauskommen. Du hast einen Kampf gemacht. Und jetzt hast du einen. Okay, der Switch. Haben wir noch Bates vor. Ach, erst dann steht er noch drüben, das ist praktisch. Nee, das ist so praktisch. Wenn wir hier jemanden brauchen, ach, die kriegen wir gleich hin. Wir brauchen keine Resistenzen. Ich kann nicht hier mal an. Es geht um den Weg. Es geht um den Weg. Mehr Schade, ich weiß nicht. Immer lupen. Was zum... Ich habe nichts. Ach du Schande. So viel dazu. So hot. So hot. So hot. Still alive. So that's progress. My face protect me. Shattenherz ist so ein Gitter oder was? Wo wurden die eingesperrt? Ich bin auch eingesperrt. Wie kommt denn das? Ja gut. Ja gut. Ich bin wohl hier Ich beeile mich Versuch es Ach komm bitte Ja hier Schon jetzt verreicht die gerade Kann ich hier irgendwie aufhelfen? Warum wirklich eine lange Rast? Raus hier Die kriegen wir nicht lebendig raus hier Wie es ausschaut Ist doch Folter Was bewegt sich da mal raus? Ich gehe gleich hier drauf Und lass sie sterben Und jemand muss das Ei holen Was ist das jetzt aufgehoben oder nicht? Scheinbar nicht Bist in den nächsten Zeller Fantastisch Bist in den nächsten Zeller Bist hier irgendwie Raus kommen Ich habe keine Ahnung mehr Ich habe keine Ahnung mehr Hast du da? Kannst du mal Ich gehe von der Masse Ich gehe von der Mal Ich gehe von der sehr leckerlich was wie warum Lange Rast. Im Säurefeld. Ich brauche mal wieder die Hilfe. Ich brauche mal wieder zu fragen. Man hat sowas. So Mist. Ich sage nicht, wie es geht. Wie kommt denn das? Das ist mies. Warum habe ich mich nicht bemüht? Wie geht's? Gut. Dann, ich hoffe, Schattenherst überliegt, das noch ein bisschen tot zu sein. Ich hoffe, hier stirbt nicht noch jemand. Wir kommen jetzt am dümmsten dort drüber. Hier oben wahrscheinlich. Wie geht's? Vielleicht mal los. Äh, was? Ich habe aber was nicht hinbekommen. Irgendwie ist da an Sicherheit schützend. Ich weiß nicht, wie können wir das irgendwie ausschalten? Und schärfen? Was? Ich bin doch da gar nicht reingegangen. Ja, das ist eine Knüffelige zuf객n. Ach, es ist eine Knüffelige zufassend. Da kommt Ist er mit dem Fuß zu malmen, zu einem Ruhe lassen. Sei vorsichtig aufheben und in deinen Sachen mögen. Gut dann schnell raus hier. Macht keine Scheiße. Starion. Starion kommt hier nicht nebend raus. Das ausschaut. Wie viel Geld haben wir denn dabei? Ziemlich gar nichts, oder? So. Gucken, wenn es dir jetzt geht, ja. Wir müssen Schriftfreien verkaufen wahrscheinlich. Ist der Mensch über... Nein. Das geht nicht. Ist er überladen. Wir haben jetzt Schattenherz nicht verdammt. Ein bisschen Kleidung. Schauen wir mal, ob irgendwas davon am besten aussieht. Ein Händler haben wir hier nicht. Krankenstation. Wir müssen mit mir nachher im Händler umschauen. Klassenräumen. Das ist klar, dass Schattenherz irgendwann stirbt oder die Kugel verlässt, aber... Tatsuki! Wir sind irgendwie noch ein bisschen im Händler. Ich, ich, ich. Nicht eingreifen und das Blutblatt genießen. Oh, ja. Wir betreiben ihn bis zur Schule des Todes. Er soll sich fragen, warum er... Er verdient zu leben. Die einzige Soldat zu töten ist eine seltsame Kriegstrategie. Einen Soldaten zu töten. Und Zeugen, nein, das geht zu weit. Er hat seine Lektion gelernt. Äh, ja, du. Oh. Er hat da, in Ordnung. Er hat eine Kugel Und. Er hat, in Ordnung. Er hat ja. Er hat, in Ordnung. Ben, das war, in Ordnung. Er hat den Lektion jetzt auch geschmiert. Dank Vlackis, dass Sauvage hier ist, um mich zu korrechten zu können. Ich habe viel auf meinem Geist. Geist ist Geist. Habt ihr unsere kleine Demonstration genutzt? Ein nurer Tast an den kräftigen Krasjellik-Kommandungen. Ich habe vorgeschrieben, ob die Macht der Krippe so... Geld war. Da habe ich nichts zu befürchten. Ich liebe dich mit den Krasjellik-Kräften. Es ist so persönlich. Du bist so weit genug, dass die Licht nach ihren Augen zu sehen. Ja, du bist aus einer Krasjellik-Kräfte? Du wißt du, Vlackis? Wenn du sie sie sehen, erzähl sie, dass ich zweitens als schwer zu trainieren. Nein, dreimal als schwer zu trainieren. Ich bin wie Kind. Ich darf nicht trainieren? Okay. Das ist aber schade. Okay. Kourzonsbesteck. Und da steht ein und guck. Dann kommt der Kourz. Einen Händler hier. Und Heitrank. Geig hat sechs große Arterien. Nein, warte, sieben. Hör mich nicht. Ich muss das lernen, oder Savasch wird Angst. Ah ja. Die Kastelvasen haben wir hier. Es ist immer noch kein Händler hier. Vielleicht hier. Ah ja. Sieht noch ein Händler. Sieht noch nicht auf diese Laufung? Die Schmerz dieser Menschen. Unglaublich. Impressiv? Nicht das Wort, was ich benutze, aber für alle ihre eigene. Okay, wir müssen... ...wohnen Geld. Lass mir das Zeug verkaufen. Die Scaling weit ich erstmal noch. Die ganzen Ringe hier. Ah, hier haben wir Dörche. Besondere Dörche, wenn wir gut... ...wenn schon. Ja, die Waffen sind hier jetzt nicht so besonderes. Hier dran hole ich ihn ja. Drehzack, wir ohne schlecht zu. Das selbe ist nur im Schaden. Naja. Wir haben halt schon Besseres. Ich bin in der Rüstung... ...oha. Wir müssen niederstecken uns. Das könnte jetzt... ...schattenherz brauchen. Der Bonus von plus 1 auf Zauberangriffen, wenn der Zauberangriff ausgeführt wird, ja, so wie der ist jetzt auch wieder nicht, Geschicklichkeit, ne das mal, brauchen wir nicht. Messer des Unterbergkönigs, Organe umsortieren, also hier die Zahl, die du brauchst, um beim Angriff einen kritischen Treffer zu würfeln, um 1 dieser kriegt Stapelbar, wenn du höchstens 2 Schaden das brauchen wir, 960, vielleicht können wir das tauschen, wir haben jetzt die Rüstung, da brauchen wir die nicht mehr, hier, den behalte ich noch, das dunkle Justizia, wenn wir die Chicksketten haben, das schwirzt, vielleicht hätte ich das Bewerb gelegt, weil wir was nicht mehr brauchen. 400 zu wenig, achso, das ist das, das Schlauch, das ist das, das Schlauch, das ist das, das die Gussform, die sind relativ wenig, 398, aus irgendeinem Grund können wir nicht mehr das Kult teilen, was ein bisschen blöd ist. Ja, kriegen wir hier noch einen Zusammenklosterstiefel. Wesensgewand. Das wird auch so nix. Den Helm würde ich noch behalten. Das ist das, was wir brauchen, das können wir noch werfen, das können wir noch das, das ist noch ein bisschen mehr, aber... Die Mastrug. verdammt jetzt schon wieder das Messer 960 bis 200 Pro Warnbier zu wenig Kult zu wenig Kult ja bleibt das wohl erstmal da aber wenn du etwas wertvolles findest das nicht in Skvar lass mich wissen ja und die Diener sind eigentlich hier ich lass den Händerslam leben bis ich finde wir irgendwo noch geht bis 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 Was jetzt? Jetzt hast du Tempel-Retreffer-Punkte. Ein höherer Charisma-Modificator. Okay. Gefrech. Oh, Schattenherz hat etwas zu sagen. Okay. Ich möchte, dass das etwas bedeutet. Ich möchte, dass Sie mehr über mich wissen. Zumindest von dem, was ich kann mich erinnern. Ich möchte, dass ich Frau Schaue für Frau Schaue. Ich wünsche, dass ich sie als eine Schmerzester. Es ist kaum eine bessere Weise, um sich zu vollständig an zu Frau Schaue. Es ist vielleicht, wenn Sie sich die Herrin der Kirche zu werden. To become a Darkjusticia is to become the Nightsinger's sword arm. Her implement with which she will cast down the unbelievers and win the final battle to restore her perfect, endless darkness. It's all I ever wanted. I prayed it was my calling. But Mother forbid me from seeking to prove myself worthy of the rank. She said I was not ready. Not my mother mother, I should add. The mother superior. Head of Lady Shah's Enclave in Baldersgate. Sometimes I wonder if she would ever deem me ready. I owe her everything. And I only wish to serve, yet she can prove. Inscrutable. You mean she would never be a leader of the rank of the rank? I don't know why you have told me what you have told me. I don't understand why you have made such a secret that you have told me. I don't know. Maybe if I succeed in my mission and reach Baldersgate. Hope has little place amongst Lady Shah's children. It's an illusion. Ah, yes. We should now... Wait and... Look at this. Ok, jetzt sind wir hier wieder, da wird man nicht lang. Dann wird er mal hier lang. Ich bin ein Kurs für meine Hände auf alles. Bitte, Chitrai, ich kann es erklären. Die letzten Bälle von Kultisten wussten nichts von der Astral Prism. Sie waren nur versuchen, zu finden die Moonrise. Sie alle gehen da. Meine Gish haben die Pläne gesammelt, um die Tower zu schützen. Sie sind bereit, zu kämpfen. Chitrai, wir könnten die Erkrankung aus der Tauern aus, wenn Sie uns... Quiet! Find die Astral Prism, Therazin. Meine Patience verletzt. Ja, Chitrai. Du hörst ihn! Go! Doe wie sie sagt. Sie bleibt dein Kithrak. Für jetzt. Ok. Ok. Kapitän Squad hier. Das Ding brauchen wir um da weiter zu kommen. Ich glaube, ich habe was ihr sucht. Ich wurde von eurer Waffen vorgelassen. Ich soll mich der Kursation melden. Schreibe mir die Waffe, die ihr sucht. Es ist eine Gedankenschönversion im Gange. Warum ist das nicht eure Priorität? Natürlich habe ich eine Waffe, wollt ihr... Das ist ein bisschen. Es ist ein bisschen. Es ist klein. Angulär. Metall. Dramatisch. 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 Ich weiß alles Shit. Das ist nicht praktisch. Ich habe schon zu viel Schaden. Ich komme mich um die Wölfe. Oder auch nicht. Ich habe so viele Minder sind das gar nicht. Hölle Chantal ist echt eine gute Sache. Was macht jetzt mein Körper? Was ist das? Ich habe so viele Minder. Ich habe so viele Minder. Und jetzt geht sie da um. Das bringt wirklich gar nichts zu sein. Wow. Mein Counter ist in diesem Kampf wieder los. Was macht's mein Counter da? Einmal unsichtbar der Gegner. Ich bin mit Bewegung. Das ist so ein Trick. Ich bin mit Fernkampfwerfen wahrscheinlich aufgegeben. Ein bisschen Spaß dafür, aber besser spät er jetzt nicht mehr. So, Wolf Down. Da ist jemand aufgetaucht. Ingenieße! Best be on my way. Ich bin mit Fernkampfwerfen. Oder ich schieb die auf. Ich bin mit Fernkampfwerfen. Eine bessere Position. Na bitte. Aber sie war nicht diejen die Stringen hier. Ich muss die Arboe ausprobieren. Oha! Spokers. das ist eine tolle waffe für sieben bis 20 schaden nicht schlecht neben nur diese waffe von einem gefährlichen gefühl bewirkt es eher dass das ist dann ja noch die pfd wapfen die tatsch da ist nichts dabei da ist diesen Bounteous das ist Wack ein bisschen essen für ein langer Rast, die wir bald nötig haben oh die Partlinger ich würde mal sagen dann fürs Zuschauen eine kurze Rast hier und dann geht's im nächsten Part weiter hier durch diese Tür und wird spannend bis zum nächsten Part bis dahin Ciao Ciao und dann 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 und dann